Das Video jetzt ist jetzt ziemlich kurz. Vier Minuten noch was müsste es lang sein, denn es ist nur noch der Rest, den ich vor meinem neuen Konzept aufgenommen habe. Ja, kleine Elite-Styp gleich wieder auf mich los. Alter, hier sind übel die dunklen Kultisten, ey. Ich fühle mich wieder wohl. Du weißt schon, dass wir schon längst im Hubsen sind, gell. Ja, hier ist aber noch ein Gelber. Ja, hier ist auch ein Gelber. Überrasst heißt die Elite. Es ist mir egal, denn hier ist ein Gelb. Wenn du kein Overprobe bist, ja. Jetzt ist mir ein Blitzgegner. Ey, der ist noch ein Schrein. Ist einer Hexendoktor? Ne, ne? Boah. Ja, wir sehen uns. Hulner, Sklave, Asmodant. Da genau ist klar. Ja, du müsstest langsamer kommen, ne? Ja, ich bin tot. was schon drin in den Lyrics anwesend drin? Nee. Nee, es ist erst das, das ist das, wo es nicht abgeht. Ich hätte diesen scheiße Lippe-Typ nicht in die Früchte. Ja, ist schon alles vorbei. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexer Aria ist, die sich in der Wüste um Calderum verbindet. Überbring diese Nachricht sofort dem Meister. Guck mal, ob Schienbein da ist. Ja. Nee, bei mir nicht. Hä? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Mir wird es jetzt wieder schlechter. Leoryx Jagdgrün. Oh, scheitern. Alter, endlich ein bisschen Spaß zu nehmen. Ich habe die Mitte mal schon drei gemacht. Beglein. Nee, das machen muss jeder auf los Gef markiert. Ich redejte dafür. Ich hör mal auf, ohne jetzt zu vorne. Quellene ich dazu. Ich mache das b kann. pullein. Raucherbrein. Verw EAGくb. numbers Avatar und coveren und breiteren How halst du ein discrimination? Das machen wir doch nochmal. wie viele von markter alter deine mutter das ist das für jeden da wenn wir jetzt die quest hier abgeschlossen haben das ist ja die letzte quest machen wir cut ein preisleer und jetzt ist schlechter oder nützt ist dann beginnt das schlitzig und noch mal was aber auch schlechter oder heute noch noch zu werden alle karten so Speicherpunkt also dann ja ich mach dann die nächste Aufnahme und bis da an tschüss